Im Studiengang Visual Effects & Animation lernst du alles Notwendige, um später in den Bereich Film, Werbung oder Game Fuss zu fassen. Um zum Beispiel als Concert Artist, Visual Effects Artist, Compositor, CG Supervisor, Color Grader oder Motion Graphic Artist zu arbeiten. Alle Studierenden machen während ihrem Studium diverse Projekte zu einzelnen Themen. Hier einen Einblick in diese Projekte. In unserem praxisorientierten Unterricht lernst du von Dozierenden aus der Industrie diverses Fachwissen in den Bereich Storyboard, 3D-Modeling, Texturing, Animation, Rendering, Compositing und Motion Graphics. Alles benötigte Material wie Räumlichkeiten und Equipment wird dir während dem gesamten Studium kostenlos zur Verfügung gestellt. Unsere Fachassistentinnen und Fachassistenten stehen dir mit Rat und Tat zur Seite und unterstützen dich bei der Umsetzung deiner Projekte. Unabhängig von deinem jetzigen Tätigkeitsfeld kannst du dein Studium an der SAE berufsbegleitend absolvieren. Durch die weltweite Vernetzung mit über 50 Standorten lernst du neben dem Lokalen auch den internationalen Medienmarkt kennen. Und an einem Auslandssemester steht nichts mehr im Weg. Mach dein Hobby zum Beruf mit einem Praxistudium am SAE-Institut in Syrien. Wir freuen uns auf dich.